Hey Leute, ich bin Alfred, willkommen zu einer neuen Folge, Lucky Block Bad Wars mit Ente! Was geht? Was geht? Wir haben neue Lucky Blöcke, guck mal in den Shop. Was? Ich guck zuerst, Spaß, okay doch. Einmal Lucky Block. Lass mich gucken, lass mich gucken. Geh zu deiner Seite rüber, was machst du hier? So, Leute, wir haben neue Lucky Blöcke. Einmal, ihr seht es hier, Lucky Block Star Wars, Lucky Block Foodcase, Lucky Block Femmes, Lucky Block Textbook, oh, das war's, vier neue. Ente, welches soll wir aufmachen zuerst? Star Wars? Äh, alle, alle! Nein, 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 wir haben noch ein paar Folgen Zeit, ne? Ich brauche was. So, ich fange mit Star Wars an und ich kriege, äh, hallo? Leck der Server, hallo? Ja, ich glaube schon. Hast du auch Star Wars geholt? Ja. Wie viele? Äh, sieben, acht Stück. Da kommt gar nichts raus. Ah, ich habe gedacht, der Server leckt. Moin, okay, dann nächster Lucky Block, Lucky Block Femmes. Komm, wir nehmen Lucky Block Femmes. Ja, hier kommt was, zum Glück. Hä, ich glaube, das liegt daran, weil der Lucky Block plus 100 ist der Star Wars. Vielleicht kommt deswegen nichts raus. Okay, was habe ich hier bekommen? Star Protection X, Fire Protection X, Unbreaking. Kann ich fliegen? Ich bin nicht schneller, habe keine Effekte. Ist also einfach ein normaler Schuh. Oder was steht da? The Stronger, äh, Washing. Okay, bringt nichts. So, was haben wir hier? Ultimate Nackos. Was? Das kann man echt sehen. Oh, du hast einen Winter? Ja. Okay, ich kann nicht rüber. Pass auf, Ente, pass auf dich auf. So, was habe ich hier? Felix, deine Fondsflasche. Hä? Wie, was ist das? Kann ich das werfen? Äh, was bekommst du so, Ente? Äh, gar nichts. Wie, welchen Lucky Block hast du jetzt? Äh, warte, der Bruder ist weg. Ich habe nochmal einen Akkus bekommen. Ich habe irgendwas auf. Ja, mach, hol dir den Femmes Lucky Block. Ich glaube, der ist gut. Oh, ich habe einen Hell bekommen. Das ist, glaube ich, sogar ein deutscher Lucky Block. Lama? Ja, von dem deutschen Untersteller, glaube ich. So, was habe ich hier für ein Schwert? Emeril-Blöcke. Ey, so, hä? Lol. 903 Attack Damage. Lol, okay. Jetzt schon mal die starke Waffe. Oh, halt, Bogen. Manuel Bow. Hey, was macht der? Warte, ich glaube, ich kann damit... Oh mein Gott, ich kann damit unendlich oft schießen. Ich frage mich, ob es hier auch ein Methode gibt oder so. Oh, äh. Oh, das war eine Bazooka. Bitte nicht rüber schießen, Ente. Es wäre echt nett, wenn du das nicht sagen würdest. Ey, wir schießen. Ich schieße auch nicht mehr, wirklich. Du kannst nicht... Ja, 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 sieh bitte. Tschüss. Oh mein Gott. Du hast es wirklich getan. Was denn? Okay, du willst es so. Leider kann ich nicht fliegen. So, jetzt habe ich Lucky Block Tax Monster geholt. Oh, ich habe so viele Emerald. Aber das Lucky Block Tax Monster habe ich jetzt auch von vielen bekommen. Nice. So, dann mache ich mal weiter Tax Monster auf. Tax Monster ist richtig nice. Oh, ein Schwert. Pink Sword. Ne, ich habe da ein besseres. 903 Attack Damage, das sind 34. Brauche ich gar nicht. Iron Core. Hä, was macht das? Kann ich damit irgendwas craften? Warte mal, wie mache ich das nochmal hier? Okay, habe keine Ahnung, wie das geht. Normale Diamant Rüstung. Okay, wer sowas braucht, weiß ich nicht mehr. Obwohl, ich habe noch gar keine andere Ohne. Ja, komm, zieh mir das so lange an. Zum Schutz, falls Ente rüberkommt. LOL. Was? Das ist ein Dynamitfilter-Mäuse gewesen. Hey, du hast LOL gesagt und ich habe den LOL-Block bekommen. Was? Hä? Was geht? Was ist für ein Block? Was geht? Ey, ich finde, was geht, Block. Aber, LOL. Ey, das ist ja voll nice. Kann man damit irgendwas craften? Guck mal. Ich glaube nicht. Ja. Der nächste, wieder LOL-Block. Warte, ich kann mich damit drüber bauen, oder? Äh, warte, wie geht's dir? Gut, und dir? Ich war noch nicht in der Mitte. Äh, und du? Äh, ich auch noch nicht. Du hast auch nicht vor, da hinzugehen, oder? Nee, ich habe so viele, Alter. Ich habe so viele Emeralds. Wie viele? Fast ein Steak noch. Ja, okay, ich habe auch noch 40 Stück eigentlich. Ja, ich brauche auch nicht so viele. Ich gucke mal weiter, was ich aus dem Steaksmot in seiner Kino kriege. Hä? Was ist das? Ich habe noch nie gesehen. Totem. Damit kann man bestimmt was craften. Der sieht aus wie UN-Material. Ich brauche Holz. So, ich habe mal kurz Holz. Oh, warum sehe ich alles? Oh nein! So, ich habe mal meine Höhe wieder geändert. Das ist wieder alles normal. So, komm. Ich brauche Common Stone für Holz. Für den Shop. Für den Fortnite-Show. Creator Code, die schon einfach 8 bitte eintragen. Ja, ich kann damit was craften. Oh, oh, man hat ein Mikrofon gehört. Ich glaube, das Mikro ist kaputt. Was geht? Ah, ein Schwert kann man nicht machen. Aber warte, vielleicht kann man so ein Schwert craften. Ah, schade, geht nicht. Okay, dann mache ich mal Rüstung raus. Äh, äh, muh, 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 muh. Was machst du? Craften uns Totem-Chessplate. Nice. Wow, kein Effekt in nichts. Nein, das ist gar nicht nice. Nee, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die gut ist. Warte, ich ziehe doch mal aus. Du bekommst keine Waffe. Du hast gar keine Waffe. Doch, jetzt habe ich seine, glaube ich. Oh, ich habe hier was zum Essen. Okay, das esse ich lieber noch nicht. Da habe ich noch mal Lacki-Blöcke. Ich habe hier noch ein paar Potions. Oh, lolstuff. Kann ich damit? Nee, habe ich gerade meine Herzen verloren. Nicht deswegen, oder? Das kann nicht sein. Ich habe nichts gemacht. Aber ich habe nicht wegen meinem Schwert jetzt Effekte verloren, oder? Das wäre echt dumm, sei geil. Ich hole mir noch mehr jetzt von dem Femps-Lacki-Blöcke. Den will ich auch noch mal kurz testen. Ich glaube, sogar beide Lacki-Blöcke sind deutsch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, es sind noch mehr Lacki-Blöcke drin. Aber ich will noch mehr sehen. Oha. Manuel Material Block. Warte mal. Was hast du mit was? Manuel Material. Oha, was ist das? Ist es stark? Ich gucke. Ich glaube nicht. Warte mal. Das hört sich aber mega stark an. Es hört sich stark an. Es leuchtet hier auch irgendwas. Man erkennt das nicht, weil hier ein Fehler ist. Aber ich gucke. Komm. Hä? Warte, ich sehe die komplette Rüstung an. Vielleicht passiert dann was. Komm schon. Ich kriege Fire Resistance. Ehrlich? Und wie sehe ich aus? Hä? Gut so, dass du nichts Gutes bekommst. Kann ich wenigstens ein Schwert machen? Wo ist das Material? Ja, damit. Bitte. Nicht mal ein Schwert kann ich machen. Wow. Kann ich gucken, was du damit kraften. Ah, ich kann einen Bogen damit kraften. Aber diesen Bogen habe ich schon. Okay. Miss. Äh. Was geht? Geh weg. Du hast eine ganze Rüstung. Nein. Entfernung am Stand. Lol, wie viel Damage machst du? Hör auf. Nein, hör auf, bitte. Geh weg. Jo, du machst viel zu viel Schaden. Kein Bock auf Nahkampf. Was? Hast du alle deine Emroids mitgenommen? Nein. Ehrlich? Oh mein Gott. Endlich was Gutes. Hä? Ultimate Femmespaar. Ich mache den Ultimate. Ich gehe jetzt wieder auf. Komm. Gib mir irgendwann mal T-Wil. Oh, da kommt irgendwas. OP-Drop. Irgendein OP-Drop, glaube ich. Hä? Oh. Was ist das? Oha. Ein Schwert mit 50.000 Tag Damage, Ente. Das war's. Wieso? Das ist dein Ende, Ente. Was geht? Damit du es noch Emroids, falls du was probieren willst. Ja, ich habe noch Emroids. So, erst mal den Pump testen. So, funktioniert der? Der funktioniert. Warte, ich gucke mal, die Villager haben an dir, ob die das überlieben. Auf zu spam. Okay, nicht einmal getroffen. Was hast du denn für Goldblöcke? Was ist das? Hä? Keine Ahnung. Die waren da drin. Hä? Sieht voll cool aus. Ja, die sehen echt heiß aus. Warte mal, Ente. Wie geht's dir? Au. Okay, deine ganzen... Warte, diese Lacken, die sind ja auch neu. Die haben ich doch gar nicht aufgemacht. Danke schön, Ente. Ich nehme mal ein paar mit, ne? Hey, hör auf. Geh runter. Nein. Ente. Äh, man behält die, Ente, oder? Nein. Nicht? Du wirst sehen. Du wirst sehen, Ente. Du wirst sehen. Ich dachte, wir sind Freunde. Hä? Du hast mich angegriffen? Du hast nicht mehr Adults mitgenommen. Danke. Welche? Dax-Deal? Lol, was sind das für coole Items? Das sieht aus wie ein neues, äh, als würdest du ein neues Diamant oder so geben. So obsidiane Rüstung. So sieht das aus. Gibt's doch auch sowas, oder? Dax-Deal. Der, äh, dunkle, schwarze... Oh mein Gott. Ich bin so... Ja, das war's noch dann mit der Stallrüstung. Bye, bye. Was hast du gemacht? Ich bin runtergefallen. Was, die? Äh, äh. Gar nicht. Wir müssen die Lackenblick auf jeden Fall noch weiter erkunden. Aber ich kann mir, glaube ich, nicht mehr so viel leisten. Ich glaube, ich stehe jetzt an der Grenze. Äh, bitte. Ich hab dir nichts getan. Ich hab dich am Leben gelassen. Ich wollte weggehen, aber du hast mich gekillt. Du willst Stress? Nein, wirklich nicht. Heute nicht. Heute? Ich komm zu dir rüber. Äh, okay. Ach, du bist ja da. Ich geh einfach zu dein Bett. Äh, bitte. Bitte, Äh, bitte. Bitte, Äh, bitte. Äh, ich war auch nett zu dir. Komm, eine Chance, bitte für die neue Lackenblöcke, bitte. Lol. Da lag ein Schwert einfach. Das hat 900 Damage. Ehrlich? Ja, Mann. Äh. Warte mal, ich geh mal wieder rüber. Ich muss noch was holen, dann mach ich dich fertig. Ehrlich? Ja? Ja, lass uns Zeit, Bruder. Kein Problem. Alles gut. Äh, äh. Oh. Was hast du? Emuels, nur Emuels. Ehrlich. Nein. Wie viele? Nicht viele. Gib mir welche ab. Warum? In der Mitte ist was. Stimmt, das sind ja auch welche. Alles gut, Ente. Wirklich. Oh. Äh, wo bist du? Äh, in meiner Base. Ach so. Lol, was ist da, was passiert da? Hehehe, gar nichts. Hast du eine Bazooka? Nein. Aufzuschießen. Warum? Oh. Muss hier ganz vorsichtig sein. Oh. Wo bist du? Das war's für dich. Immer noch in meiner Base. Was geht? Nicht mehr lange. Hä? Wieso? Oha. Oha, ich hab die Eier da gewandert. Was? Oha, jetzt krieg ich OP-Rüstung langsam. Ein Lucky Block ist echt nice. Welcher? Ja, der Femms. Der ist gar nicht schlecht. Ich find den voll die coolen Items. Was ist das? Femms Apple. Oh, kein Fly. Oh oh. Lol, ich flieh grad voll weit hoch. Hehehe, ich seh dich. Au. Ey, du hast es geschafft, vor an der Base zu kommen. Oh mein Gott, Zerwartung, P-Drop. Lol. Ich hab das Schwert wieder. Oh mein Gott, es hat mich vermisst. Welches Schwert? Gar keins. Geh weg. Sag doch. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich bin schnell. No. Nein. Bist du auch gefallen? Bist du auch runtergefallen? Jetzt bin ich auch runtergefallen. Nein. Hä, wie? Hä? Ich hab Speed und ich bin runtergefallen, weil ich einfach zu schnell war. He. He. Aber ich kann grad nicht sterben. Äh, zieh deine Rüstung aus und machst gleich Kill. Muss ich auch machen. Oh, ich hab Godmode-Bug. Godmode-Bug. Ja. Äh, bitte warten Sie kurz. Eine Minute. Bitte warten Sie kurz. Äh, äh, du bist grad unten, ne? Ja. Der Bett ist ab. Du weißt, wer gewonnen hat. Ich? Nein. Warte, Kill Ripex. Kannst du ehrlich nicht mehr sterben? Hast du Godmode-Bug? Nein. Mein ganzer Bildschirm wackelt. Ja, bei mir siehst du normal aus. Guck mal, wie schnell ich sogar noch bin. Warte mal, wir können das kurz hier lösen. Hä? Du hast gar keine Rüstung. Ich krieg trotzdem Schaden. Ja, sag ich doch. Kill Ripex, es geht nicht. Ja, ich bin unsterblich. Weißt du, wie mein Bildschirm aussieht? Das wackelt so heftig schnell. Okay. Okay, danke, Leute. Ich will nicht sagen was mit dem Video. Das ist lang, wenn es euch gefallen hat. Schaut mal endlich vorbei. Und dann will ich sagen Tschüss. Ciao.